1948 brachte Jaguar das Modell XK120 ODS auf den Markt. Der Open Two-Seater sollte das SS100 Modell ablösen und mit seinem neuen Metallkleid eine neue Käuferschicht anlocken. Die Form wirkt windschnittig und war zur damaligen Zeit hochmodern. Seine Präsentation auf der Earl's Court Motorshow 1948 sorgte für Furore. Die Presse jubelte, der Jaguar XK120 stahl die Schau. Ursprünglich sollte es den XK120 ODS mit einer Aluminiumkarosserie nur als Kleinstserie geben, mit rund 200 Exemplaren. Das glamouröse Erscheinungsbild begeisterte derart, dass Jaguar von der Nachfrage förmlich überrollt wurde. Man entschloss sich zur Serienproduktion und verzichtete infolgedessen auf die traditionelle Karosserie mit Aluminiumhaut über Eschenholzrahmen. Stattdessen stellte man die Serie in Stahlblech her. Bis die Produktion in Schwung kam, dauerte es ein ganzes Jahr, in dem nur wenige Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Erst 1950 konnte Jaguar die effektive Produktion der XK120 Serie melden. Das hier gezeigte Modell ist eines der ersten mit einer Stahlkarosserie hergestellten Fahrzeuge. Erstbesitzer dieses Fahrzeugs war Prinz Ivan Obolensky, der Enkelsohn des Multimillionärs John Jacob Astor, der 1912 auf der Titanic verstarb. Der dritte Besitzer des Fahrzeugs war Garrett Graham, US-Schauspieler und Songwriter. Gegenüber seinem Vorgänger, dem SS100, sind beim Jaguar XK120 die Scheinwerfer nicht mehr über dem Kotflügel montiert, sondern in den Kotflügel neben der Motorhaube integriert. Der XK120 hat eine kleine, runde Kühleröffnung mit sehr feinen Kühlerrippen. Unter der Motorhaube arbeitet ein 3442cc Reihen-Sechszylinder-Motor mit 160 PS bei 5000 Umdrehungen in der Minute. Zwei oben liegende Nockenwellen treiben den Ventilhub an. Mit dem XK-Motor war eine neue Motorengeneration erschaffen, die für Zuverlässigkeit und Unverwüstlichkeit stand. Bei dem gezeigten Modell wurde der Motor vom Erstbesitzer in den 50er Jahren durch den Nachfolgermotor des XK140 mit 190 PS ausgetauscht. Die Hinterachse lagert auf halbelliptischen Blattfedern. Die Vorderachse schwingt auf Dreieckslenkern mit Schraubenfedern. Für das Bremsen sorgen Trommelbremsen an allen vier Rädern. Die XK-Modelle prägten das erfolgreiche Jaguar-Image und wurden mit der Einstellung der Produktion des XK150 bis 1961 gebaut. Das XK-Aggregat wurde aufgrund seines Erfolgs noch bis 1992 gebaut. Die Vorderachse schwingt auf Dreieckslenkern mit Schraubenfedern.